So, das ist die Version 10 und dann lassen Sie uns das nochmal Schritt für Schritt zusammen machen. Zuerst schalte ich um, in der Version 10 gibt es jetzt diese verkürzte Darstellung. Sie können aber hier über Ansicht und Makros vollständig anzeigen, die Makros wieder in der alten Herrlichkeit anzeigen. Das macht das Bearbeiten bei etwas komplexeren Dingen einfacher. So, jetzt erstelle ich einen neuen Testtextbaustein, den rufe ich mal mit X auf, das ist natürlich nur für Testzwecke. Und Sie wollen also eine Variable definieren. Das machen wir über Makro-Programmierung, temporäre Variable definieren. Übrigens gibt es jetzt auch Abkürzungen für, also man kann da jetzt auch Tastenkombinationen verwenden. Ich zeichne das, jetzt drücke ich STRG-T und dann bekomme ich diesen Dialog direkt. So, und der Inhalt soll die Zwischenablage sein. Text aus der Zwischenablage einfügen. So, das ist es. Wenn ich das aufrufe, müsste die temporäre Variable Test den Inhalt, den aktuellen Zwischenablageninhalt beinhalten. So, okay. Jetzt holen wir einen neuen Textbaustein, also das ist die Eingabe. So, und jetzt dupliziere ich den und den nenne ich jetzt auch Ausgleich Ausgabe. Und da sagen wir, ah, das können wir auch anders machen. So, ich rufe ihn einfach auf, Makro, Programmierung, temporäre Variable ausgeben. Und Sie sehen hier im Untermenü listet Phrase Express automatisch alle bisher definierten Variablen auf. Das heißt, hier ist es die Variable Test. So, und die rufe ich auf mit dem Autotext Y. So, hier ist ein Beispieldokument. Ich füge jetzt mal den Inhalt der Testinhalt. So, das füge ich jetzt in die Zwischenablage ein. Ich betätige X. So, und damit, das geschieht ja unsichtbar, dürfte die temporäre Variable gefüllt sein mit dem Zwischenablageinhalt. Und mit Y gebe ich es aus. Also, das funktioniert. So, jetzt wollen Sie eine Zahl eingeben. Und die soll dann, ja, speziell formatiert werden mit führenden Nullen. Also, erstmal probieren wir das aus. X programmiert das Ganze. Y gibt das aus. Und jetzt möchten Sie führende Nullen haben. Das heißt, wir gehen jetzt in die Ausgabe. Und das ist der GetTemp. Also, das holt mir die temporäre Variable wieder her. Das füge ich jetzt in die Zwischenablage. Weil ich bette das jetzt in das Kalkmakro ein. Programmierung, Berechnung durchführen. So, und hier gebe ich das ein, was diese Berechnung quasi anstellen soll. Oder die Formatierung. Es ist jetzt in dem Fall keine Berechnung, sondern ich hole einfach eine Zahl. Das muss dann natürlich auch eine Zahl sein. Also, da dürfen Sie jetzt keinen Text von haben. Da weiß ich gar nicht, was passieren würde. Und jetzt geben Sie hier die Vorkommastellen an. Sind wir mal großzügig. Zehn Vorkommastellen. So, dann haben wir das. Und jetzt probieren wir das gleiche nochmal. Also, ich füge das in die Zwischenablage ein. Ich prüfe nochmal. Steuerung V. Das ist die Zwischenablage. Jetzt drücke ich X und programmiere die temporäre Variable. Und jetzt betätige ich Y und gebe den Textbaustein aus. Ja, wie man sieht, werden die führenden Nullen ausgegeben. Ich habe jetzt hier noch eine Komma-Geschichte drin. Das kann ich aber auch eliminieren. Runden. Stellenanzahl angeben. Wahrscheinlich auf 0. Ja, das müsste es eigentlich sein. Jetzt müsste ich, jetzt habe ich wahrscheinlich keine Komma mehr. So, ich gebe es nochmal aus. Ja, genau. So, dann haben wir keine Kommazahlen mehr dahinter. Das dürfte hoffentlich sein, was Sie wollten.